Heute übernehmen wir den 1. FC Kaiserslautern für insgesamt 10 Saisons im FIFA 23 Karrieremodus. Und jetzt erstklassig waren die Roten Teufel vor über 10 Jahren in 2012. Mit der Bundesliga-Meisterschaft in 1998 liegt der letzte große Titel für den 1. FC Kaiserslautern sogar noch viel weiter in der Vergangenheit. Genau da wollen wir Lautern dabei wieder hinbringen und haben dafür im heutigen Video insgesamt 10 Jahre Zeit. Vor wir rein starten, vergesst die Liebe nicht. Daumen nach oben für euch nur kleiner Klick, Abo-Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus, gerne noch mit weiteren Vorschlägen, damit ist für den Anfang alles gesagt. Liked Sachen hoch, die euch gefallen. Und jetzt können wir endlich loslegen. Starten wir also endlich rein, die Saison Nummer 1 und das Budget mit knappen 6 Millionen Euro ist in Ordnung. Wobei ich aber schon glaube, für Zweitliga-Verhältnisse ist das eher unterdurchschnittlich. Aber wir können auf jeden Fall damit was anfangen. Zumindest ein paar Verträge werden wir mit diesem Anfangsbudget verlängern. Ansonsten ist aber auch so gut wie jeder Spieler hier im Kader für mich ein Kandidat, den man potenziell verkaufen oder vielleicht auch eintauschen könnte. Wir beginnen den Rebuild also von ganz hinten in der Mannschaft und verpflichten also erstmal einen neuen Keeper. Der Verein, von dem ihr kommt, der ist zumindest relativ prominent mit dem FC Chelsea. Aber wie jetzt Gabriel Slonina jedem von euch da draußen was sagen wird, bezweifle ich. Er ist ein 18-jähriges Talent aus den USA auf der Torhüterposition natürlich. 66er Gesamtstärke und ein Potenzial von 81. Nicht das Megatalent, aber ich bin gespannt, wie er sich so im Laufe des Videos machen wird. Jetzt muss ich ihm nur noch loote, der mit einer 73 natürlich aktuell deutlich besser ist, irgendwie aus dem Weg räumen. Das klingt falsch, aber ihr wisst, wie ich es meine. Die Verkaufsseite sieht auch bisher noch ziemlich mau aus. Zucke zu Saetien oder Ansaetien verkauft für eine Million und Boyd an Aston Villa für 2,3. Loote stellt sich jetzt nicht nur in den Dienst der Mannschaft, sondern auch als nächstes in die Reihe vor das Arbeitsamt, denn wir lösen den Vertrag einfach auf. Beim zweiten Neuzugang hat Erik Durm seine Dortmund-Kontakte spielen lassen, würde ich einfach mal behaupten. Denn wir verpflichten Tom Rote von Schwarz-Gelb. Vom BVB holen wir also den Linksverteidiger. Unfassbar junges Talent mit gerade einmal 17 Jahren und das für 2 Millionen Euro. Wie gesagt, Erik Durm hat seine Kontakte spielen lassen und Tom Rote, vielleicht doch gar nicht mal so unrealistisch, will lieber Stammspieler in der zweiten Liga dann sein. Wobei sie ihn natürlich in echt verleihen würden. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen vorankommen. Nach dem Beutverkauf wollte ich aber noch unbedingt einen neuen Stürmer holen. Und es wird, glaube ich, auch unser letzter Transfer in diesem ersten Sommer werden. Das Einzige, was mich eigentlich vom Transfer unseres Kollegen hier abgehalten hat, das war die Aussprache seines Nachnamen, denn die ist mal wieder völlig wild bei mir. Wir verpflichten Georges Mikau-Tatze. Tat-Tatze. Ach, Bruder. Hör auf jeden Fall den Kollegen hier aus. Georgien Stamms spielt beim FC Messe in der französischen Liga. Eigentlich wollte ich unseren Stürmer Depriville noch eintauschen. Passend dazu, dass der Franzose ist. Hat leider nicht geklappt, aber dafür haben wir unseren neuen Stürmer zumindest. Budget für noch einen weiteren Neuzugang haben wir nämlich wirklich gar keins mehr. Toll, und gerade wo ich das sagen wollte, hat uns jetzt Kollege Tomiak mit Ausstiegslausel verlassen für 3,5 Millionen in Richtung Ude Levante. Ein Verkauf welcher Schmerz, weil wir ihn vor allem nicht wirklich adäquat ersetzen können mit dem Geld, was wir zur Verfügung noch hatten. Unsere einzige Lösung bleibt also, dass wir ein bisschen an Gesamtstärke einbüßen müssen, um genau zu sein um 3. Dafür aber auch mit Ismail Ducouré einen halbwegs talentierten Innenverteidiger verpflichten mit 67er Gesamtstärke und 81er Potenzial. Damit kann ich euch jetzt aber auch endlich die Startelf präsentieren nach den ganzen Neuzugängen. Wir haben also 4 an der Zahl in der Startelf mit Slonina im Tor, schon mal die Nummer 1. Ducouré in der Innenverteidigung, Notgut drum gerade verpflichtet, Rote als Linksverteidiger und zu guter Letzt unseren Kollegen, ich nenne ihn einfach Mikau. Mikau ist vor einem Sturm und ich hoffe, Mikau wird auch die 2. Liga zerschießen. 72er Gesamtstärke ist auf jeden Fall vielversprechend. Allgemein von den anderen Spielern erhoffe ich mir ordentliche Entwicklungen. Und mal gucken, wie dieses erste Jahr hier von 10 insgesamt laufen wird. Angekommen dann am Ende des ersten Jahres von insgesamt 10, meine ich mich zumindest daran erinnern zu können, dass Kaiserslautern in der Realität als Aufsteiger hier in der 2. Bundesliga deutlich besser performt hat, als wir es getan haben. Am Ende der Saison wird es nämlich die zweite Tabellenhälfte, der 13. Tabellenplatz und gerade mal 38 Punkte auf dem Konto. Und das sehe ich auch jetzt erst, der Abstieg, der war nicht weit entfernt von uns. Relegation sogar nur 3 Punkte und der direkte Abstieg nur 5 mit Braunschweig und 33 Punkten. Ach ja, den Pokal gibt es ebenfalls, da sind wir aber auch direkt in der ersten Runde im Elfmeterschießen gegen Regensburg geflogen. Und das ist die Mannschaft. Zum Ende der ersten Saison kann man auf alle Fälle mit zufrieden sein. So gut wie auf jeder Position jetzt also eine 70er Gesamtstärke oder mehr, fehlen nur noch 2-3 Spieler. Und vor allem unser Stürmer, richtig krass am Rasieren gewesen, eine 77 mittlerweile. Kommt aber auch nicht von irgendwo, denn mit 23 Toren und 5 Vorlagen zeigt der Mann, dass er einfach mal viel zu gut für die zweite Liga ist. Zu erwähnen ist auf jeden Fall auch die Situation im Tor, denn unser Talent Slonina hat einfach nur 12 Einsätze weniger als Krall, der jetzt eine 66 hat, was die Gesamtstärke von Slonina zum Start war. Also ich verstehe hier gar nichts. So viel dann also zum ersten Jahr. Wenn wir den Aufstieg packen wollen, muss noch einiges passieren in der Mannschaft und das vielleicht ja jetzt im zweiten Jahr schon. Starten wir also mal rein. In das zweite Jahr starten wir immerhin mit einem fast doppelt so großen Budget, nämlich 9 Millionen Euro. Und ja, mal gucken, was noch geht durch Verkäufe. Denn bei 24 Millionen Euro wert muss unser Bruder aus Georgien natürlich auf der Transferliste landen und mal gucken, wie viel Geld wir für ihn bekommen im Endeffekt. Der Bruder hatte nämlich nur einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben, heißt der Vertrag läuft jetzt wieder aus, nur noch ein Jahr. Wir können nicht die riesen Ablösesumme verlangen, aber 32,5 Millionen von Benfica, das ist mega gutes Geld und das nehmen wir natürlich an. Nebenbei ist die Hertha an Philipp Clement interessiert, 3,6 Millionen, Briefmarke drauf und Abfahrt. Dieses Jahr shoppen wir vor allen Dingen Liga intern in der zweiten Bundesliga. Der erste Mann, das wird Marvin Pieringer, den wir von S04 von Königsblau loseisen mit einem auslaufenden Vertrag für 4 Millionen Euro. Und damit ist auch der direkte Ersatz für unseren bisherigen Stürmer gefunden. Für knapp über 3,5 Millionen kommt dann natürlich ebenfalls Liga intern Christoph Klara von Fortuna Düsseldorf für die Innenverteidigung. Die neue Doppel-Sex bilden dann auf der einen Seite Florian Flick, den wir natürlich ebenfalls von Schalke holen. Sein Partner, das wird der geradezu Schalke 04 gewechselte Ronne Schallenberg, den wir also hier in der Karriere natürlich von Paderborn für 4,3 Millionen Euro holen, weil der Vertrag ausläuft. Unsere Transferphase neigt sich so langsam aber sicher dem Ende. Der vorletzte Neuzugang, das wird Marvin Melin, den wir natürlich Liga intern von Darmstadt holen. Für 6,2 Millionen Euro, 25 Jahre alt, 74er Gesamtstärke und ein mieses Upgrade im Vergleich zu Philipp Clement davor vom Alter und jetzt auch schon vom Rating. Und zu guter Letzt will ich noch unser Problem auf der Torhüter-Position lösen, indem wir Slonina eintauschen und dafür Noah Atobolo vom SC Freiburg loseisen. 21 Jahre jung, 70er Gesamtstärke bereits, potenzialig glaube ich knapp über 80, in der Realität wird er glaube ich auch der Nachfolger von Flecken werden. Hier für dieses Video läuft es ein bisschen anders, Flecken ist noch bei Freiburg am Start und Atobolo sucht seinen Stammplatz in der zweiten Liga. Damit sind die Transfers abgeschlossen und im Vergleich zum ersten Jahr haben wir wirklich unfassbar viel Action auf dem Transfermarkt betrieben mit insgesamt 6 Transfers. Und am Ende haben wir sogar noch 10 Millionen Euro Budget übrig, mehr als wir zum Start eigentlich zur Verfügung hatten und das alles nur durch einen einzigen Verkauf. Und das hier ist die Mannschaft zum Ende dieser Transferphase, jetzt wirklich auf jeder Position eine 70er Gesamtstärke oder mehr. Ich bin mir nicht sicher, was die Spieler, die wir einzeln hier neu reingebracht haben, an Potenzial haben. Ich glaube so 80 oder vielleicht sogar knapp unter 80. Spielt aber auch keine Rolle, denn mein Ziel mit dieser Mannschaft hier wird es erstmal sein, irgendwie in die Bundesliga aufzusteigen. Zumindest vergrößern wir mit den Gesamtstärken und vor allem dem Potenzial der Spieler die Chancen, vielleicht sogar dieses Jahr aufzusteigen. Eher unrealistisch, aber mal gucken, vielleicht sehen wir auch eine Überraschung und springen jetzt aber erstmal zum Ende des zweiten Jahres. Angekommen dann am Ende des zweiten Jahres, kann ich euch schon mal sagen, es lief gut. Die Frage ist jetzt halt nur, wie gut? Aufstiegsgut, Relegation, vielleicht Platz 4, 5 am Ende, das müssen wir jetzt herausfinden. Och nö, och nö, wir haben am Ende voll verkackt, so viele Spiele verloren und das ist am Ende auch entscheidend gewesen, denn wir sind mit 62 Punkten am Ende des Jahres in der zweiten Bundesliga nur dritter, vier Punkte hinter Darmstadt, die auch unsere einzige Konkurrenz waren. Also no disrespect gegen Paderborn und Schalke dahinter, aber ich meinte eher härter vorne, 82 Punkte, also um die Meisterschaft haben wir hier nicht mitgespielt. Pokal kann man auf jeden Fall erwähnen, ehrenwert, dass wir bis Runde 3, glaube ich, gekommen sind. So sieht es aus, gehen die Bayern 3 zu 0 auf den Decke gekriegt, davor aber, glaube ich, auch Frankfurt besiegt. So sieht es aus, 2 zu 1. Ja, und das hier ist also die Mannschaft, die es zum Ende der Saison gepackt hat, zumindest jetzt in die Relegation zu kommen. Zwei Spiele stehen also an, die entscheiden, ob wir nächstes Jahr nochmal eine weitere Ehrenrunde in Bundesliga 2 drehen dürfen oder ob wir jetzt in die erste Bundesliga kommen. Ratings habt ihr gerade gesehen, sahen eigentlich alle sehr stabil aus, auch Atubolo im Tor, anders als Slonina letztes Jahr, hat seine Einsätze bekommen. 37 an der Zahl, die Topscorer, Marvin Piringer, absolut geiler Ersatz, 21 Tore, 4 Vorlagen und das, obwohl er nur 4 Millionen Euro gekostet hat. Redondo auch absolut erwähnenswert, mit 17 Scorern an der Zahl, ansonsten Schallenberg, 9, wir haben Opoku, 7, ist so ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. In der Relegation heißt es jetzt also, 1. FCK gegen 1. FCK, der 1. FC Köln gegen den 1. FCK ist es lauter, wir spielen das Hinspiel auswärts in Köln. Ich bin gespannt, ob das ein gutes Zeichen für uns ist oder nicht. Wenn ich mir die Mannschaft von Köln so angucke, dann habe ich eher das Gefühl, dass wir dick auf den Sack kriegen werden. Ne, es wird ein 1 zu 1, ist in Ordnung. Die haben halt einfach, boah, du noch, Skiri, Martel, okay, meiner ist jetzt nicht so der absolute Überburner, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Die haben eine deutlich bessere Mannschaft, als wir sie haben, Schwebe im Tor, deswegen glaube ich nicht, dass wir das Rückspiel hier irgendwie gewinnen können, aber vielleicht ja doch. Ja, oh, was, oh, 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 1 zu 0, let's go, Piringer verschießt sogar ein Elfmeter, das Ding hätte sogar noch eindeutiger sein können, aber Schallenberg ist unser Mann mit dem entscheidenden einen Tor, ja, 1 zu 0 Sieg und das reicht. Wir sind in der Bundesliga, let's go. Damit nimmt das zweite Jahr doch ein gutes Ende, denn wir gewinnen die Relegation, steigen in die Bundesliga auf, die dritte Saison kann kommen, mit vielleicht mehr Budget und, ja, auch anderen Spielern, an denen wir jetzt mal Interesse zeigen könnten. Also der Kaiserslautern, Vorstand und ich, wir wissen auf jeden Fall, Erfolg ist das Ziel und dementsprechend haben wir einfach mal 35 Millionen hier zum Start in der Bundesliga. Verstärken würde ich die Mannschaft gerne, wenn es klappt, auf drei Positionen, nämlich die beiden Flügel und im Idealfall auch ein neuer Rechtsverteidiger, ansonsten, wenn das Geld übrig bleibt, ein Sechser, maximal noch ein Innenverteidiger, ja, okay, gefühlt will ich die halbe Mannschaft ändern, ihr habt mich ertappt. Nee, aber mal Real Talk, Freunde, neuer Rechtsverteidiger, zwei neue Flügelspieler sind die Hauptziele. Könnt ihr euch eigentlich noch an die Zeiten erinnern, als Justin Che ein riesiges Talent war, auch mit Bayern in Verbindung gebracht, Probetraining gemacht, die Stars, Neuer Davis am Start, etwa nicht? Okay, gut, liegt vielleicht noch daran, dass er in der Realität dann am Ende nur zu Hoffenheim verliehen wurde und auch zu kaum Profi-Einsätzen in der Bundesliga kam, aber er wird unser neuer Rechtsverteidiger und ich entfessele das Potenzial in ihm. Neuzugang Nummer 2 stammt ebenfalls aus den USA, spielt in der Bundesliga, wird ein Liga-Antenna-Transfer vom VfL Wolfsburg, wo er, glaube ich, auf dem Flügel eher Option Nummer 4 oder sogar 5 ist. Wir verpflichten also Kevin Paredes für marktwertgerechte 9,5 Millionen Euro mit einer 74er-Gesamtstärke und gerade mal 21 Jahre. Und zu guter Letzt der zweite Mann für den Flügel ebenfalls aus der Liga, nämlich vom Sportklub aus Freiburg für 12,5 Millionen Euro verpflichten wir, nachdem es mit Artubolo so gut geklappt hat. Jetzt also auch Kevin Schade für die Flügel, 22 Jahre alt, in der Realität ja fest jetzt zu Brand fortgewechselt, glaube ich zumindest, wenn mich nicht alles täuscht, ich denke aber mal schon. 75er-Gesamtstärke, ordentliches Potenzial nach oben und mal gucken, ob wir das auch mit ihm erreichen können. Damit steht jetzt also die Seite der Neuzugänge mit insgesamt drei Stück an der Zahl. Auf der anderen Seite sehe ich aber nicht wirklich den Bedarf auf irgendeiner Position dringend, einen Spieler zu verkaufen, zu ersetzen oder halt einzutauschen oder so. Deswegen, die Mannschaft bleibt so, wie sie ist. Legendäre Worte. Und damit kann die dritte Saison jetzt so richtig beginnen, die Transfers sind abgeschlossen. Wir springen rein in den Kalender und schauen mal, wie das erste Jahr hier in der Bundesliga läuft. Wird es mit der Fade, erste Tabellenhälfte oder vielleicht sogar am Ende der Abstieg? Das schauen wir jetzt mal. Junge, 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 ey, was haben wir in der Rückrunde alles auf den Deckel bekommen? Am Ende reichen aber weniger als 40 Punkte aus für den erstmal sicheren Klassenerhalt. Auf Platz 13 also, wie gesagt, 7.30 Zähler, 10 Punkte vor der Relegation auf 16 und 11 Punkte dann auf den ersten direkten Abstiegsplatz mit Platz 17, dem HSV und 26 Punkten nur. Kann man auf alle Fälle mit zufrieden sein, aber wenn ich mir auch so den Abstand auf Platz 7 oder 8 als Beispiel nur angucke, dann fehlt da noch wirklich einiges bei uns. DFB-Pokal habe ich nicht darauf geachtet, aber wir waren jetzt in Runde 2. Das ist jetzt die erste Runde für uns, aber da sind wir auch direkt ausgeschieden gegen Fürth mit 4 zu 3. Das dritte Jahr ist also vorbei. Wir haben immerhin die Bundesliga gepackt, also den Klassenerhalt, um genau zu sein. Und das hier ist die Mannschaft von den Entwicklungen her auf so mancher Position richtig, richtig stark. Die ersten Achtziger-Gesamtstärken jetzt auch mit Rote und Pieringer. Aber daneben auch mit Artubolo, Schallenberg oder auch Schade die ersten Spieler, die kurz vor der Achtziger-Gesamtstärke stehen, kann man auf alle Fälle sehr, sehr mit zufrieden sein. Wobei es aber im nächsten Jahr wahrscheinlich noch den ein oder anderen Transfer braucht. Kauner-Technisch macht übrigens Pieringer genau da weiter, wo er aufgehört hat nach der 2. Liga. Jetzt also 17 Tore und 2 Vorlagen hier in der Bundesliga. Auch Melem sehr, sehr stark. 9 Tore, 6 Vorlagen. Ist jetzt nicht die Welt, aber halt für so einen Spieler, der aus der 2. Liga kommt, mehr als ordentlich. Ich glaube, ich muss mein Lob an den Kaiserslautern-Vorstein ein bisschen runterfahren, denn dieses Jahr starten wir nur mit 26 Millionen Euro rein. Das sind 9 Millionen weniger als im Jahr davor. Das Jahr beginnend müssen wir jetzt erstmal schweren Herzens mit dem Verkauf von Marvin Pieringer. Der ist wahrscheinlich einfach ein bisschen zu groß, gerade für den 1. FC Kaiserslautern. Und wenn Lyon 50 Millionen Euro zahlen möchte, dann müssen wir das auch einfach annehmen. Der Ersatz für Pieringer, das wird ein wieder mal Liga-interner Transfer. Wir machen erneut mit dem VfL Wolfsburg gute Geschäfte. Denn der Vertrag von Jonas Wind läuft aus. Er hat einen Marktwert von über 20 Millionen, 80er Gesamtstärke. Und Wolfsburg war bereit, ihn für 18 Millionen Euro bereits abzugeben. Etwas länger nach einem neuen Innenverteidiger gesucht. Jetzt werden wir aber fündig. Jan-Aurel Bissek feiert sein Comeback hier in Deutschland in der Bundesliga beim 1. FC Kaiserslautern. Wir verpflichten den jungen Mann für 12 Millionen Euro, also 77er Gesamtstärke mit gerade mal 24. Und mal gucken, wohin seine Karriere noch gehen wird. Und zu guter Letzt holen wir vom VfB Stuttgart Renato Tapia, ein mittlerweile 29-jähriger Sechser. Lässt sich mit 20,5 Millionen einiges kosten, hat aber auch eine Gesamtstärke von 81 und ist künftig für die südamerikanischen Blutgrätschen. Im Zentralmitte-Fels zuständig. Damit haben wir die Mannschaft für diese 4. Saison mal wieder punktuell verstärkt. Stürmer mit Piringer verkauft, mit Wind den Nachfolger reingebracht für deutlich weniger Geld. Und mit dem restlichen Budget dann eben noch einen neuen Sechser mit Tapia und einen neuen Innenverteidiger in Form von Bissek geholt. Gesamtstärkenmäßig und auch vom Potenzial sieht das alles jetzt hier richtig stark aus. Zumindest eben für Kaiserslautern-Verhältnisse. Und ich hoffe, dass dieses Jahr die erste Tabellenhälfte ein realistisches Ziel ist. Vom restlichen Geld noch ein paar Verträge verlängert. Damit ist es jetzt aber auch wirklich Zeit für den Kalender, für die Simulation und wir springen zum Ende der 4. Saison mittlerweile im Juli 2026. Ne, Juni 2026. Angekommen dann zum Ende der 4. Saison, kann ich euch jetzt schon mal sagen, es lief besser. Wo wir jetzt genau stehen, weiß ich nicht. Aber wenn wir uns mal so die Ergebnisse angucken, dann waren auch mal Siege gegen ein RB Leipzig drin. Oder gegen die Bayern. Dafür halt aber auch mal dumm gegen Köln verloren oder Gladbach. Hier mal fast sogar einen ganzen Monat kein Spiel verloren. Also es sah insgesamt nicht verkehrt aus. Ach man ey, aber mir fehlt trotzdem ein Punkt auf die direkte Qualifikation für die Europa-Slash-Conference-League. Wir werden am Ende der Saison siebter und das heißt, wir müssen ein bisschen darauf hoffen, wer den Pokal gewonnen hat. Weil wenn das einer ist, der sich eh schon qualifiziert hat international, dann kommen wir in die Conference-League. Wenn nicht, haben wir halt Pech. Und wir haben glaube ich Glück, denn Leipzig hat den Pokal gewonnen und Leipzig ist international qualifiziert. Wir hätten aber auch Pech haben können. Der andere Gegner war Gladbach und die sind halt hinter uns, Zehnter. Und hätten uns das vermiesen können. Damit heißt es also, Kaiserslautern spielt nächstes Jahr in der Conference-League. Ach ja, unser Ergebnis im Pokal, das könnten wir uns auch nochmal kurz angucken. Ist aber glaube ich standardmäßig erste Runde für uns direkt geflogen gegen den VfB Oldenburg. Es wird immer kurioser und kurioser. Und das ist die Mannschaft. Zum Ende der vierten Saison. Es fehlt nicht mehr viel, dann hat jede Position die 80er-Gesamtstärke oder mehr am Start. Es sind, um genau zu sein, in der Startelf alleine nur noch zwei, drei, ja, vier Spieler, die die 80er-Gesamtstärke noch nicht haben. Auf der anderen Seite fallen die Außenverteidiger. Rote und auch Che dieses Jahr mit riesig starken Entwicklungen. Rote auch einfach mal jetzt unser bester Spieler mit einer 85er-Gesamtstärke. Man könnte überlegen, ihn jetzt zu verkaufen. Aber wir haben ihn halt mit 17 geholt. Er ist jetzt schon 21. Wäre doch Hammer, so einen Spieler bis zum Ende zu haben. Weil vom Kaiserslautern Ursprungskader werden wir maximal vielleicht einen Opoku oder so auf der Bank haben. Aber ansonsten der Startelf. Rote als einer unserer ersten Transfers hätte, finde ich, auch etwas. Dieses Jahr haben sich die Scorer ein bisschen mehr aufgeteilt. Wir haben also Vince mit 18, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Weil es ist auch vielleicht besser als für eine Entwicklung, wenn ich nur ein Spieler irgendwie 25, 30 Scorer habe. Wir haben Schade bei 19. Und jetzt zu guter Letzt Paredes mit 15. Melim, 8 Tore. Wäre ein Kandidat, den ich nächstes Jahr vielleicht ersetzen wollen würde. Ob ich ihn jetzt verkaufen muss dafür oder einfach nur einen neuen Zehner reinbringe. Das ist jetzt die andere Frage. Das gilt es im nächsten Jahr herauszufinden. Packen wir also gar nicht lange rum. Starten rein in Saison Nummer 5. Das erste Mal jetzt also auch internationales Geschäft mit der Conference League. Wir müssen die Mannschaft dafür aber noch ein bisschen upgraden. Vom Budget erreichen wir leider keine neue Atmosphäre. Aber wir sind wieder zurück bei 35 Millionen. Wie zum Start der dritten Saison, wo wir auch quasi in die Bundesliga reingestartet sind. Kann man hinterfragen. Tue ich jetzt aber nicht. Ich bin zufrieden. Wir haben mehr Geld. Gehen wir rein. Pah, Junge. Rote mit was für einem Treuebekenntnis hier zu den Roten Teufeln. Wir sind sechs Jahre jetzt auf dem Vertrag. Fast bis zum Ende. Ne, bis zum Ende des Videos jetzt sogar. Also das ist ein Geständnis. Der bleibt. Neuzugang Nummer 1 für dieses Jahr ist gefunden. Es wird Tom Kraus, der nicht mehr als zweite Wahl ist bei RB Leipzig. Und den wir für 20 Millionen Euro eben von da loseisen. Damit ändern wir das System jetzt auch richtig auf ein 4-3-3 mit einem Achter und zwei Sechsern dahinter. Und ich hatte gerade eigentlich nur aufs Angebot gewartet. Everton übernimmt das Ganze aber hier für uns. Denn für Marvin Mehlem habe ich leider keine Verwendung mehr. Er wird in Erinnerung bleiben als Mann, der uns für den Aufstieg mitgeholfen hat. Und 29 Millionen Euro ist eine sehr stabile Ablösesumme von Everton. Das Mehling-Geld wird natürlich sofort reinvestiert. In unseren letzten Neuzugang für diese Sommertransferphase im fünften Jahr mittlerweile. Also von der 10 insgesamt. Vielleicht erkennen ihn auch schon einige Leute. Das ist Amel Belakotschab, den wir hier in der Karriere mittlerweile von Norwich City verpflichten. Dafür müssen wir leider auch Dukorea eintauschen. Schweren Herzens. Aber noch 23 Millionen um drauf. Wir kriegen ein saftiges Upgrade in der Gesamtstärke, wenn wir das zumindest mal mit Dukorea vergleichen. Und das Spiel sagt auch, stabiler Deal. Damit haben wir jetzt also wirklich auf jeder Position in der Startelf eine Gesamtstärke von 80 oder mehr. Bis auf Artubolo im Tor 79. Aber das Potenzial liegt glaube ich aktuell bei 83 oder so. Das heißt, er wird sich auf alle Fälle noch ganz locker über diese 80er Gesamtstärke entwickeln. Und mit Rote oder auch Che, schade, schon mal die ersten Spieler am Start, die jetzt auch deutlich über der 80er Gesamtstärke anzusiedeln sind. Genau solche Ratings braucht es aber auch, um in der Liga nochmal besser zu sein. Denn das ist das Ziel, vielleicht aus eigener Kraft wirklich Platz 5 oder 6 zu erreichen und uns dann für die Europa League in dem Fall zu qualifizieren. Conference League wäre auch schon schön, wenn wir zumindest mal die K.O.-Phase erreichen. Wie weit wir da kommen, wäre mir eigentlich relativ egal. Damit springen wir jetzt rein in den Kalender, in die Simulation, beenden die fünfte Saison und kommen damit dann auch wirklich zur Hälfte gerade mal dieses Videos. Wir sind also angekommen bei der Hälfte des Videos. Fünf Jahre mit dem 1. FC Kaiserslautern sind geschafft. Fünf Jahre stehen uns aber auch noch bevor. 2032 wird das Video enden. Blicken wir jetzt aber mal auf die drei Wettbewerbe, die es dieses Jahr gab. Ähm, okay. Ich weiß nicht genau, wie viele Punkte wir letztes Jahr hatten, aber ich habe das Gefühl, es waren auch irgendwo um die 60 rum. Und damit sind wir dieses Jahr einfach Dritter. Wir haben, muss man aber auch zugeben, nur drei Unentschieden auf dem Konto. Was vielleicht auch entscheidend war, denn wir haben wirklich entweder Spiele gewonnen oder verloren, selten Unentschieden gespielt. Und damit qualifizieren wir uns für die nächste Saison. Saison Nummer 6, also für die Champions League. Die Bayern einfach mal nur auf Platz 7 mit 54 Punkten nur absteigen tun, Schalke und Hamburg. Im Pokal haben wir dieses Jahr auch eine bessere Figur, eine deutlich bessere Figur abgegeben. Wir haben es sogar mal bis ins Viertelfinale geschafft. Nur um davon Mainz mit 4 zu 2 auf den Deckel zu bekommen. Und auch in der Conference League, leider konnten wir meinen heiß geliebten Ikea-Mülleimer nicht mit nach Kaiserslautern. Aber Viertelfinale gegen Trabzonspor ausscheiden, tut auch ein bisschen weh. Aber die haben bestimmt auch keine so schlechte Mannschaft. Und dementsprechend ist das in Ordnung. Wie gesagt, mir war es eh egal, wo wir hier eigentlich landen. Viertelfinale ist mehr als in Ordnung. Und das hier ist die Truppe zur Hälfte des Videos. Kann sich auf alle Fälle sehen lassen. Auf jeder Position jetzt wie gesagt die 80 oder mehr am Start. Wir haben Schade mit einer 85. Rote 86. Artubolo hat jetzt auch den 80er-Club endlich erreicht. Und sogar viele überholt jetzt mit einer 83. Ansonsten Wind vorne mit einer 84. Rest der Gesamtstärken seht ihr ja selber. Eine ordentliche Truppe, die es aber jetzt in der zweiten Hälfte des Videos noch so zu verbessern gilt, dass wir auch im Titel spielen können. Bundesliga, Champions League, Pokal und so weiter. Scorer-Technisch hat sich das alles dieses Jahr noch ein bisschen mehr aufgeteilt. Die Zahlen sind aber besser als im Jahr davor. Wir haben Wind bei 27 Scorern. Schade mit 26 an der Zahl. Parides bei 20. Und auch Kraus als zentraler Mittelfeldspieler. Klar, er ist sozusagen unser 10er. Aber 21 Scorer sind schon sehr stabil. Und der Kaiserslautern-Vorstand gönnt Leute 78 Millionen an der Zahl. Mehr als das Doppelte im Vergleich zum Jahr davor. Ist aber auch bitter nötig, um diese Mannschaft hier noch für die Champions League besser zu machen. Neuzugang Nummer 1 für die sechste Saison. Das wird Josef Stanisic, der hier in der Karriere mittlerweile bei Atletico spielt. Mittlerweile auch 27 Jahre alt. Der Kaiserslautern-Vorstand kostet 26 Millionen Euro. Hat als Rechtsverteidiger schon eine Gesamtstärke von 81. Ich sehe den Mann aber deutlich eher in der Innenverteidigung. Und hoffe mit einem Positionswechsel vielleicht auf einen Upgrade von 2 in der Gesamtstärke. Irgendwann zieht es Kevin Schade, aber doch in die Premier League. Es geht zu Brighton und das für 111,8 Millionen Euro. Der neue Rekordverkauf. Bevor wir uns dabei um den Nachfolger kümmern, kümmern wir uns erstmal um die Positionsänderung bei Josef Stanisic zum Innenverteidiger. Na, Bruder, der Plan ist absolut in die Hose gegangen. Egal, ich wollte auch nur eine stabile dritte Option in der Innenverteidigung haben. Also eine vierte. Also, ne, ich versuche gerade einfach nur irgendeine Ausrede zu finden. Den Nachfolger von Kevin Schade, den hatte ich bereits auch schon im Visier. Und wir machen den Deal jetzt perfekt. Es kommt nämlich Jamie Baino-Gittens, der sein Comeback hier in der Karriere in der Bundesliga feiert, da er mittlerweile zu Atalanta Bergamo gewechselt ist. Dort hat er sich auch prächtig entwickelt, eine 84er-Gesamtstärke und lässt sich jedem auch 71 Millionen Euro kosten. Und eigentlich wollte ich ja im Jahr zuvor bereits Malik Tillmann geholt haben, aber da hat das Geld nicht ausgereicht. Dieses Jahr klappte es schon und wir verpflichten den Bruder also vom FC Bayern für 37 Millionen Euro. 83er-Gesamtstärke, 25 Jahre jung als ZOM. Damit wird sich die Aufstellung auch wieder ein bisschen ändern vom System her, was ich aber eigentlich auch schon im Jahr davor vorhatte, mit einem Zehner eben. Der FC Arsenal klopft für Noah Atobolo an und da kann man schwer Nein sagen, auch von Spielerseite aus, aber auch als Verein, wenn man 50 Millionen Euro erhält. Den Nachfolger verpflichten wir vom VfB Stuttgart. Sechs Gesamtstärken schlechter, dafür aber, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt immer noch mehr Potenzial. Dennis Simon kommt, ebenfalls eines der größten deutschen Torhüter-Talente, wobei man aber auch sagen muss, davon gibt es nun mal nicht mehr so viele krasse. Irgendwo schon so ein bisschen traurig, wenn man bedenkt, dass Deutschland vor sechs oder sieben Jahren noch als die Torwartnation schlechthin galt. Und heutzutage gibt es keine drei ordentlichen Talente mehr. Dennis Simon ist aber eines davon und den haben wir jetzt verpflichtet. Zu guter Letzt holen wir jetzt also noch mit Nicolo Tresoldi von Hannover 96 ein ordentliches Backup für die Stürmerposition, womit wir dann die Bank jetzt auch noch mal deutlich verstärkt haben, was für die Champions League gar nicht mal so dumm ist. Die Startelf sieht folgendermaßen aus. Die schlechteste Gesamtstärke, mal abseits von unserem Keeper, der natürlich noch einiges aufzuholen hat, ist die 82 von einem Bella Kotschab oder auch Bissek als Beispiel. Ansonsten haben wir mit Tilma nochmal eine 83er Gesamtstärke in die Startelf gebracht. Beino Gittens zwar eine Gesamtstärke schlechter als schade, dafür aber, glaube ich, auch noch mal drei Jahre jünger. Gerade mal 22, schon eine 84. Von Paredes erhoffe ich mir auch ein bisschen was dieses Jahr. Ansonsten performt die Mannschaft eigentlich gut, so wie sie ist. Ich hoffe, dass wir nicht so sehr leiden unter unserem Talent hier im Tor mit Simon. Ich hoffe, dass er schnell aufschließen kann, was das Rating angeht. Und damit, Leute, ist alles getan an Transfers. Für die sechste Saison einiges verkauft, einiges auch natürlich eingekauft. Und damit springen wir jetzt in den Kalender und zum Ende des sechsten Jahres. Angekommen zum Ende der sechsten Saison kann ich euch auf jeden Fall sagen, man hat gemerkt, dass wir eben zum größten Teil eine 77 oder eben unter 80er Gesamtstärke im Tor hatten. Denn wir haben viel zu oft unentschieden gespielt. Dafür aber trotzdem fast jedes Top-Duell gegen Leipzig, Bayern oder Dortmund in der Liga gewonnen. Am Ende der Saison ist es eine Verbesserung. Denn wir stehen mit 67 Punkten, mit 7 Punkten mehr da als im Jahr davor. Und auch einen Tabellenplatz. Genau besser, nämlich Platz 3 war es letztes Jahr. Dieses Jahr ist es die Vizemeisterschaft. Platz 2, 9 Punkte, aber auch hinter Bayern 04 Leverkusen. Was wahrscheinlich daran liegt, dass wir eben dreimal mehr unentschieden gespielt haben. 10 an der Zahl. Auch die mit Abstand meisten von den ganzen Top 5. Pokal war mal wieder maximal erfolgreich mit Erstrunden aus. Und zu guter Letzt die Champions League. Liverpool hat sie gewonnen. Wir sind direkt in unserer Gruppe nur Dritter geworden. Und die Rangers werden Erster. Juvenhut Zweiter. Und Monaco scheidet einfach mal komplett aus. In der Europa League ging es aber auch nicht wirklich weit für uns. Die Vorrunde haben wir noch irgendwie überlebt. Gegen Besiktasch mit 5 zu 4. Aber dann ging Villarreal sangklanglos mit 3 zu 0 ausgeschieden. Und das ist die Mannschaft zum Ende des sechsten Jahres mittlerweile. Von den Entwicklungen her einerseits sehr zufrieden. Wir haben zum Beispiel Beino Gittens bei einer 88. Dasselbe gilt für Rote. Auch sogar Tapia als Sechser hat sich mit irgendwie 31 oder wie 32 sogar nochmal entwickelt. Auf der anderen Seite Tillmann nur plus 1. Und auch gerade die Innenverteidigung. Da passiert nicht wirklich viel. Denn wir haben 82, 82 und 83 als Gesamtstärken. Und wirklich entwickeln tut sich da keiner krass. Scorermäßig hat Beino Gittens dieses Jahr komplett abgerissen. 36 an der Zahl. Wind immer noch stabil mit 22. Paredes in Ordnung 21. Aber danach, da hört es auch schon auf. Kraus nämlich nur 10. Und ja, der Rest ist nicht mal erwähnenswert. Tillmann nur 11 Scorer. Für die neue Saison gilt also, ein neuer Abwehrchef mit deutlich besserer Gesamtstärke. Den Keeper vielleicht eintauschen. Und wenn es klappt, auch ein neuer Flügelspieler. Kaiserslautern Vorstand unterstützt uns auch gut bei diesen Vorhaben. Denn wir haben dafür ein Budget von 115 Millionen Euro. Unser neuer Keeper ist gefunden mit Nick Schröder von den Bayern. Vielleicht werden sich jetzt einige Leute denken, Hä? Nick Schröder? Von dem habe ich ja noch nie gehört. Und der soll ein krasses Talent sein? Ist natürlich kein echter Spieler. Das ist der Regen von die Frage, ist Manuel Neuer oder Marc-André Testegen. Beide müssen mittlerweile ihre Karriere beendet haben. Das prüfe ich aber gleich nochmal nach. Wir gehen aber einfach mal davon aus, dass das hier der Manuel Neuer Regen ist. Und damit haben wir auch die Bestätigung. Denn Marc-André Testegen treibt mit 36 Jahren noch im Tor von Essen Villa sein Unwesen. Und zu guter Letzt gibt es jetzt noch bei den Roten Teufel endlich den langersehnten Abwehrchef. Das Stani-Sitzsch-Missverständnis wird nach einem Jahr bereits wieder beendet. Denn wir tauschen ihn ein bei West Ham United. 40 Millionen nochmal obendrauf bezahlt. Und dafür holen wir Malik Chau zurück in die Bundesliga mit einer 85er-Gesamtstärke. In der Karriere unter anderem zu Hoffenheim gegangen. Jetzt zu West Ham. Und jetzt also wieder zurück nach Deutschland. Zu Kaiserslautern. Eigentlich wollte ich jetzt sagen, viel mehr Geld und Möglichkeiten haben wir nicht. Währenddessen wurde aber die Freigabesumme bei Kevin Paredes gezogen. in Höhe von 71 Millionen. Eigentlich bin ich ja nicht so der Riesenfan von so plötzlichen Verkäufen. Weil die Nachfolger meist nicht so das krasse Niveau haben. Aufgrund von Budget und sonstigen Aspekten. Aber mit Arda Güller als Nachfolger von Paredes für 46 Millionen. Der Vertrag lief aus. Mittlerweile in der Karriere hier bei Bologna. Bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Spiel sagt auch, ist ein B-Deal. Bin ich auf jeden Fall auch glücklich drüber. Müssen wir jetzt nur noch hoffen, dass er auch auf dem Flügel umtrainiert werden kann. Weil sonst war das alles für nix. Jawohl Junge, immer in den Jungen belieft. Die Mannschaft für die siebte Saison steht also. Mit insgesamt drei Neuzugängen in der Startelf. Wir haben den neuer Region im Tor mit Simon also eingetauscht. Wir haben in der Innenverteidigung jetzt also unseren richtigen Abwehrchef gefunden mit Malik Chao. Da hatten wir Astanisic eingetauscht. Und zu guter Letzt Arda Güller. Der Verkauf von Paredes aus nichts. Und der Ersatz mit besserer Gesamtstärke oder auf einem Level und deutlich mehr Potenzial. Jünger auch mit 22 Jahren gerade oder 23 jetzt gerade mal. Und die Mannschaft, wie ich finde, sieht richtig stark aus. Damit bräuchte man eigentlich künftig nur einen neuen Sechser. Vielleicht noch irgendwann Jonas Wind im Sturm mal ersetzen. Und dann haben wir eigentlich unsere Mannschaft bis zum Ende des Videos. Dieses Jahr natürlich wieder Dreifachbelastung. Weder mal die UEFA Champions League. Ziel müsste es sein, sich erstmal dafür wieder zu qualifizieren. Also unter den ersten vier zu landen. Und auf der anderen Seite gerne auch mal die K.O.-Phase erreichen in der UEFA Champions League. Das wäre ganz schön. Springen wir also rein in den Kalender. Und zum Ende des siebten Jahres im Juni 2029 mittlerweile. Die siebte Saison findet ihr Ende. Wir sind im Juni 2029 und es ist das erste Jahr, wo ich einfach mal behaupten würde, dass wir eine ansatzweise realistische Chance auf zumindest einen Titel haben. Es wäre der Bundesliga-Titel gewesen. Aber auch hier ein zweites Jahr in Folge. Leider nur die Vizemeisterschaft. Einen Punkt mehr als im Jahr davor. Reicht aber nicht aus. Denn die Dortmunder holen am Ende des Jahres 70 Zähler. Und das reicht aus, um uns die Meisterschaft leider abzuluxen. Wir warten immer noch. Stand jetzt hier in der Karriere. 30 Jahre. 1998 ist zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre und mehr her. Im Pokal immer wieder eine Kaiserslautern-typische Figur abgegeben, würde ich mal behaupten. So sieht es aus. Eine Runde weitergekommen, aber dann gegen Pauli ausgeschieden. Und zu guter Letzt die Champions League Paris gegen Leverkusen im Finale. Wir haben es in die K.O.-Phase geschafft. Sogar eine Runde weiter. Im Viertelfinale war Schluss. Nämlich gegen Manchester City. Mit 6 zu 2 auch ordentlich auf den Deckel gekriegt. Im Achtelfinale gegen Bucharest. Jetzt ist es, glaube ich, mit 4 zu 3 noch irgendwie durchgesetzt. Ach ja, und die Gruppe war noch das Problemloseste. Da sind wir mit, ja, 16 Punkten Gruppen Erster geworden. Und das hier ist die Mannschaft zum Ende der Saison. Sieht sehr, sehr spicy aus. Güler vorne auf eine 86 gestiegen. Wind, glaube ich, auch plus 2 jetzt auf eine 88. Sehr, sehr verrückt. Dafür, dass er halt, wie gesagt, jetzt 30 Jahre alt ist. Beinu Gittens, Bein 91, unser bester Spieler. Auch der neue Region im Torheit. Schon bei einer 89er Gesamtstärke. Unsere Außenverteidiger immer noch so die Schmuckstücke mit 85 und 89. Schallenbecker auf der Sechse. Den Kollegen Tapia ersetzt, da gilt es im nächsten Jahr vielleicht noch was zu machen im Mittelfeld. Und mit vielleicht, meine ich natürlich, Safe. Und auch die Innenverteidigung. Jetzt haben wir mit Schaune 86, aber daneben 83, Bella Kotschab, 83. Bisher keiner von beiden kann sich so richtig durchsetzen. Und da gilt es auch hier im nächsten Jahr einen zu verkaufen oder einzutauschen. Und da nochmal einen besseren Innenverteidiger reinzubringen. Und wenn ich mir die Scorer von Wind so angucke, dann kommt das, glaube ich, auch nicht von irgendwo. Dass der Mann mittlerweile eine 88er Gesamtstärke hat bei 38 Scorern dieses Jahr wieder. Der Rest aber so ein bisschen lässt zu wünschen übrig. Beino Gittens gerade mal mit 20, Güler 11 und ja, Tillmann 10. Der Rest ist halt wirklich ziemlich trash. Drei Jahre stehen uns also noch bevor. Das hier ist die achte Saison. Das Budget dafür sind 128 Millionen. Das Ziel ist es im Idealfall noch irgendwie einen einzigen Titel zu gewinnen. Ist eigentlich nicht völlig undenkbar. Aber dafür müssen wir es jetzt halt auch endlich mal packen. Unser neuer Sechser ist gefunden. Und tatsächlich konnten wir da auch unseren peruanischen Rentner eintauschen gegen. Natürlich kein 1 zu 1 Tausch. Aber 40 Millionen unter Pia im Tausch für den mittlerweile 27-jährigen Amado Onana hier in der Karriere zu Hertha gewechselt. Mit einer 85er Gesamtstärke ist, wie ich finde, ein richtig guter Deal. Und daneben wird es, um es mal Jogi Löw-Sprache zu sagen, höchste Zeit endlich mal ins oberste Regal des Fußballs zu greifen. Und da also William Saliba zu verpflichten in der Karriere von RB Leipzig. Also 89er Gesamtstärke. Wir tauschen Bella Kotsch ab 1, zahlen 52,9 Millionen um drauf. Haben dafür jetzt aber fast eine 90er Gesamtstärke einfach mal in der Innenverteidigung. Zu guter Letzt holen wir mit Calvin Ramsey noch ein solides Backup für die Rechtsverteidigerposition für 18 Millionen Euro aus der Liga von Union. Und damit steht die Mannschaft, würde ich jetzt einfach mal sagen. 85er Gesamtstärke im Mittelfeld bei Kraus, Onana, Tilman. Das sind auch die schlechtesten Gesamtstärken hier in der Startelf. Und jetzt beginnt so langsam aber sicher der Moment, wo ich was von dieser Mannschaft auch erwarte. 89 von Saliba in der Innenverteidigung neu dazu bekommen. 85 bei Onana, sehr, sehr stabile Backups hier auf der Bank mit 84, 83 und eben noch unserem neuen Backup hier. Und eben wie gerade schon erwähnt, eine Startelf mit unfassbar stabilen Gesamtstärken. Dazu ist aber auch noch jeder Spieler so gut wie in der Lage dazu, sich nach vorne zu entwickeln, nach oben. Mehr Gesamtstärke noch zu bekommen, bis auf vielleicht Jonas Wind in der Startelf. Aber bei dem hat man ja auch gesehen, er hat eine 88 nicht ohne Grund, weil er eben unfassbar stark performt. Damit springen wir mal wieder rein in den Kalender. Wir hätten jetzt auch 8 Millionen Euro übrig. Ist aber nicht wirklich passend, um noch irgendwas zu machen. Passend dazu aber, 8. Saison. Wir springen in den Kalender und auf zum Ende der Saison. Mittlerweile also Juni 2030. Wir sind also angekommen. Juni 2030, das Ende der mittlerweile 8. Saison. Und ganz ehrlich, Leute. Wenn wir jetzt nicht mindestens einen Titel gewonnen haben, dann fresse ich einen Besen. Morgen Face Reveal plus Besenfress Video. Mit Salz. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Alles zurück. Ihr habt nichts gehört, Digga. Nichts. Nichts gibt es morgen, Junge. Wir sind nicht Meister geworden. 74 Punkte. Damit wirst du halt wieder nicht meistern. Drei Jahre in Folge. Vizemeisterschaft. Ey, ey. Nee, Digga. Ich war mir so sicher. Deswegen hätte ich doch gar nicht sonst noch was gesagt. Digga, nee. Hör mal auf. Was ist denn mit Leverkusen auf einmal nicht richtig? 83 Punkte. Ey, nee. Hör mal auf. Nee. Nee. Weiß ich jetzt nicht. Hab ich, nee. Hab ich irgendwie nicht so vorgesehen. Das war nicht im Skript drin. Das stand da ganz anders. Ey. Ey, hör doch auf. Einfach Union und Bremen steigen direkt ab. Und Wolfsburg geht in die Relegation. Hör mal auf, ey. Hör mal auf. Ja, Pokal haben wir natürlich auch nicht gewonnen. Also ich hab jetzt alle Karten in die Liga gelegt. Denn wir sind im Pokal mal wieder nicht weit gekommen. Mal wieder in der ersten Runde geflogen. Ja, so sieht's aus. Ja, gegen Augsburg. Digga, ich hab auch langsam keinen Bock mehr auf diesen scheiß Pokal. Können wir da auch einfach nicht teilnehmen dran. Schwingen wir einfach künftig immer die zweite Mannschaft vor. Ganz ehrlich, die werden bestimmt besser performen als die erste. Champions League ging auch nicht wirklich weit. Hinspiel noch 2 zu 2 gegen Inter Mailand. Rückspiel dann 3 zu 0 mal wieder auf Deckel bekommen. Das, obwohl das hier die Mannschaft ist. Ich will nicht wissen, was Leverkusen für eine Truppe hat, dass die uns jedes Jahr aufs Neue besiegen. Das ist wirklich unfassbar. Wir haben 90er-Gesamtstärken mittlerweile am Start, wo man nur hinsehen kann. Im Tor, in der Innenverteidigung, Linksverteidigung, vorne, Angriff, Stürmer, Flügel. Nur im Mittelfeld nicht. Aber dann sind halt 86er-Gesamtstärken und 85. Ey, Leute. Hör mal auf, ey. Hör mal auf. Zwei Jahre jetzt noch, um wenigstens einen verfluchten Titel zu gewinnen. Ja, Scorer sehen aber eigentlich wild aus. Wir haben Winten mit 38, wir haben Beinu Gitten bei 30, wir haben Güler bei 28. Das ist mehr als in Ordnung. Da muss aber noch mehr gehen. Ich brauche mal so eine richtige 50-Scorer-Saison offensichtlich, dass wir es vielleicht mal schaffen, wenigstens einen Titel zu gewinnen. Ja, und Tillmann, Digga, du wirst auch nächstes Jahr ersetzt, Junge. So ein Flop-Transfer, Digga. Nie verbessert. Nix, keine Scorer. Gar nix, Mann. So, Männer. Dieses Jahr kein Vorbereitungsturnier. Wir schwitzen uns zu Tode in Lautern. Ist mir egal. 145 Millionen sind das Budget. Damit kann ich auf alle Fälle Malik Tillmann ersetzen, beziehungsweise verkaufen, eintauschen. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit ihm mache. Ada Güler bei uns auch einfach alleine hier im Sommertrainingslager. Der wird aber die beste Saison seines Lebens haben. Das sage ich euch jetzt schon. Dieses Jahr gibt es nur einen Transfer. Und der ist mit allen Wässern, Wassern, wie auch immer, gewaschen. Es ist Florian Wirz, den wir also vom BVB verpflichten. Mit Malik Tillmann im Tausch. Irgendwie 100, etwas Millionen noch oben drauf. Dafür kriegen wir eine 91er Gesamtstärke. Er ist mittlerweile 27 Jahre alt. Hat einen Wert von 140 Millionen. Und es wird, wie gesagt, der einzige Deal dieses Jahr. Weil mehr brauchen wir nicht. Und wenn wir es mit dem jetzt nicht schaffen, dieses Jahr Meister zu werden, dann schaffen wir es so oder so nicht. Wir haben hier ansonsten Spieler, die es auf jeden Fall noch packen werden auf die 90. Alache oder auch Güler. Ciao in der Innenverteidigung. Können jetzt auch mal ein bisschen loslegen, was die Gesamtstärke angeht. Onana dasselbe. Aber ansonsten sind wir überall richtig gut versorgt. Wir springen jetzt rein in den Kalender, in die Simulation. Direkt zum Ende der mittlerweile neunten Saison. Und ich hoffe, jetzt platzt der Knoten endlich. Denn das wäre schon hart, 10 Jahre Karriere zu spielen, ohne einen einzigen Titel zu gewinnen. Juni 2031. Wir sind angekommen. Das Ende der vorletzten Saison. Die vorletzte Möglichkeit auch, um irgendwie noch in 10 Jahren mit Kaiserslautern einen Titel zu gewinnen. Nächstes Jahr wird die letzte Möglichkeit sein. Schauen wir also mal rein. Wie lief es in der Liga, im Pokal, in der Champions League. Schauen wir also mal rein. Let's go, Mann. Wir haben es endlich geschafft. Es hat neun Jahre gebraucht. Und ich weiß nicht. Warte mal ganz kurz. Wenn wir noch die Realität mit dazu nehmen. 33 Jahre insgesamt vom letzten Sieg oder von der letzten Meisterschaft von Kaiserslautern hier in der Bundesliga bis hin zum Jahre 2031, wo wir es also endlich wieder geschafft haben. Nur zwei Niederlagen auf dem Konto. 80 Punkte am Ende der Saison auf dem Konto. 10 vor Leverkusen. Und damit haben wir es endlich gerockt und die Bundesliga gewonnen. Und endlich den ersten Titel überhaupt im Video gewonnen. Wir haben ja nicht mal über die Zweitligameisterschaft gewonnen. Jetzt ist es also endlich mal geschafft. Und nicht nur das, Leute. Denn wir haben auch den DFB-Pokal dieses Jahr endlich gewonnen. Im Finale gegen den HSV, die ja bekanntermaßen öfter gut sind in dem DFB-Pokal. Davor Halbfinale gegen Dortmund. Hoffenheim im Viertelfinale. Runde 3 gegen Halle. Und Runde 2 dieses Mal verstanden gegen Freiburg. Wir sind aber noch nicht fertig, Leute. Denn es kommt noch die UEFA Champions League. Und auch diese haben wir im Finale gewonnen gegen Manchester City. Mit 4 zu 3 im Elfmeterschießen. 2 zu 2 nach der regulären Spielzeit. Plus Verlängerung. Und am Ende entscheiden es also die Elfmeter. Davor Halbfinale gegen die Spurs mit 5 zu 3. Viertelfinale 6 zu 2 gegen den BVB. Und davor Achtelfinale 2 zu 1 Sieg gegen den FC Barcelona. Gruppenphase sogar nur als Zweiter beendet. Da auch gegen die Spurs mit, ja, Punktgleich. Elf Punkten eben, ja, nicht durchgesetzt. Aber egal, Leute. Dafür das Schüppel gewonnen. Das ist es mir auf alle Fälle wert. Wir haben also jetzt insgesamt in der Startelf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 90er Gesamtstärken. Oder mittlerweile sogar deutlich mehr Kraus, Onana und Chao. Das sind die letzten Spieler, die verblieben sind. Die keine 90 haben. Oder vielleicht sogar deutlich mehr. Scorer-Technisch, Jonas Wins, die Entdeckung des Videos. Ich werde den Bruder auch nicht verkaufen. Nächstes Jahr wird das Letzte sein. Er wird vielleicht sogar in der Gesamtstärke sinken. Aber er ist für mich die Entdeckung des Videos. Denn er beendet dieses Jahr mit 47 Scorern. Wir haben Beino Gittens bei 39. Wir haben auch Ada Gülham in einer richtig starken Saison. Bei 34 wird es mit 18 Scorern. Der Zehner, der sammelt einfach leider nicht so viele Torbeteiligungen. Aber ansonsten, ja, gute Verpflichtung. Gute Gesamtstärke für die Simulation und alles. Ja, guter Transfer gewesen. Wir starten jetzt also rein in die 10. Saison und werden nichts mehr machen. Ich bin vollkommen zufrieden mit dieser Mannschaft hier als unsere Endgruppe für dieses Video. 10 Saisons, in denen wir den 1. FC Kaiserslautern übernommen haben. Wir haben so dermaßen viele Spieler eingekauft. Wir haben so dermaßen viele Spieler verkauft. Es ist, glaube ich, mal in der Zeit, auch ein Jahr nichts zu tun. Ruhe zu haben, keine Spieler irgendwie neu zu verpflichten oder zu verkaufen, neue Baustellen sich zu machen. Auch wenn wir 221 Millionen Euro Budget haben. Ich bin komplett zufrieden mit der Truppe. Die Bank ist ja auch nicht verkehrt. Und damit springen wir ein letztes Mal rein in den Kalender, in die Simulation. Und schließen also dieses letzte, diese 10. Saison mit Kaiserslautern ab im Juni 2023. Ne, nicht 2023, sondern 32 dann. Juni 2032. Wir sind angekommen, Leute. 10 Jahre, 10 Saisons, insgesamt den 1. FC Kaiserslautern übernommen. Das letzte Jahr, die 9. Saison, war mit Abstand das erfolgreichste Jahr mit dem Triple, wo wir ja wirklich noch keinen Titel bisher gewonnen hatten. Und dann 3 auf einmal. Gucken wir einfach mal, ob wir in diesem letzten Jahr da noch was hinzufügen konnten. Wer das Video bis zu der Stelle geguckt hat, der schreibt einfach mal gerne den Hashtag Lautern unten in die Kommentare, dass ihr auch weiß, wer die Videos bis zum Ende guckt oder wer wirklich einfach nur bis zum Ende skippt. Die OGs werden auf jeden Fall kommentieren. Ich weiß Bescheid. Ich küsse alle eure Herzen. Und wir holen auf jeden Fall eine weitere Meisterschaft hier zum Ende nochmal. Der vierte Titel, also 87 Punkte, glaube ich, nochmal ein bisschen besser von der Punktzahl her im Vergleich zum Jahr davor. 10 Punkte Vorsprung am Ende vor Schwarz-Gelb vom BVB. Im Pokal sind wir dieses Jahr auch recht weit gekommen. Leider aber im Halbfinale gegen den VfB Stuttgart geflogen. Es hätte eigentlich auch das nationale Double sein können. Und in der Champions League sind wir gegen einen der Finalisten ausgeschieden, um genau zu sein gegen den Sieger, nämlich gegen Bayern 04. Leverkusen hatten wir das Hinspiel eigentlich mit 1 zu 0 gewonnen. Rückspiel leider 2 zu 0 verloren. Aber die haben es halt auch einfach mal geschafft, danach noch Paris und im Finale eben auch Manchester City zu schlagen. Deswegen verdient auf jeden Fall, dass die das Ding hier am Ende holen. Und eben verdient auch gegen den Sieger letztendlich ausgeschieden. Das hier ist also die Mannschaft, welche wir also nach zehn Jahren insgesamt mit dem ersten FC Kaiserslautern kreiert haben. Es fehlen tatsächlich nur noch Onana und Kraus und gut, man hätte auch Wind schon ersetzen können. Dann hätten wir wirklich auf jeder Position, tschau, auch komplett vergessen gerade, bin ehrlich. Aber ansonsten hätten wir so wirklich auf jeder Position jetzt eine 90er Gesamtstärke oder besser. Sogar viele Spieler mittlerweile deutlich über der 90. Beino Gittens, unser bester Spieler mit einer 94. Aber alleine dreimal auch noch die 93 mit Schröder, Wirtz und Ada Güler. Gora technisch hat vor allen Dingen nochmal Jonas Wind in diesem letzten Jahr mies abgerissen bei 42 Scorern. Und wir haben Beino Gittens bei insgesamt 32, Güler wieder ein bisschen schwächer mit 24. Das wird es also an der Stelle gewesen sein vom heutigen Video, in dem ich den ersten FC Kaiserslautern für insgesamt zehn Jahre oder zehn Saisons übernehme. Das zweite Video also dieser Art. Das erste habt ihr unfassbar krass gefeiert, deswegen würde es mich auch freuen, wenn ihr auch auf dieses Video hier euren Support da lassen könnt. Die Videos sind zum Aufnehmen ein unfassbar krasser Aufwand allgemein, auch schneiden und so weiter. Deswegen Leute, für euch der Daumen nach oben ist nur ein kleiner Klick im Vergleich. Deswegen Leute, lasst viel Liebe da. Daumen nach oben, Abo, Glocken, um keine weiteren Videos zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus, gerne auch mit weiteren Vorschlägen, Like-Sachen hoch, vielleicht für die nächste oder für das nächste Video, für die nächste Ausgabe Mitte zehn Saisons, wo ich einen Verein eben über zehn Jahre übernehme. Und damit Leute, sollst du es an der Stelle gewesen sein. Wir sehen uns in alter Frische wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.